Du hast den Michael, das ist der Spender aller Spender. Ich werde heute ab, wie in Königssee oder Karlsruhe. Für den Druck habe ich 100 Euro gespendet für körperbehinderte Leute oder körperbehinderte Kinder. Und genauso werde ich heute abend spenden 100 Euro für das Zwingenderfest, dass die Leute was machen können. Also ich werde jetzt die 100 Euro, 50, werden irisch übergeben, 100, werden irisch übergeben und das ist von Herzen gekommen. Von Herzen. Und in Herzen. Jeder kann was machen, damit machen was man will. So, der TV tut sich bedankt für die 100 Euro, vor allen Dingen für die Wikinger. Die Wikinger, das sind wir, wie wir alle hier sind, in diesem Lager. Und nochmal herzlichen Dank, Michel, an dich. Danke. Nochmal ein riesen Applaus für Michael. Und eins sage ich, was mir heute auch aufgefahren ist, allein von der Feuerwehr bin ich enttäuscht. Ich habe voriges Jahr, vor zwei Jahren, von der Feuerwehr, jede Menge Geld gespendet, ich bin von der Feuerwehr sehr enttäuscht. Also ich muss dabei sagen, muss nicht sein. Wenn ein Fest hier in Wiesau ist und der Bruch-Bühlbach in Wiesau ist, dann sollten wir zusammenhalten, oder? Jeder ist für sich am nächsten, oder? Danke. Ich bedanke mich nochmal heute. Es ist saugeile Musik. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Danke. So, also auch an die Feuerwehr, ne? Nicht nur Brände löschen, auch richtig Brand löschen, ne? Okay.